Dieser Film handelt von einem Teller, von einem ganz Außergewöhnlichen allerdings. Er wurde vor fast genau 500 Jahren aus Holz gedrechselt, hat einen Durchmesser von knapp 80 cm und ist mit einer Fülle von Narrenmotiven bemalt. Bis vor kurzem wusste niemand, was ein solches Universum der Narrenidee bedeuten sollte und wozu der Teller diente. Heute kennen wir sein Geheimnis und er erzählt uns eine spannende Geschichte. Wer das Original sehen möchte, muss hierher kommen, nach Schloss Ambras, hoch über Innsbruck. Dort ließ Erzherzog Ferdinand II. ab 1572 seine berühmte Kunst- und Wunderkammer einrichten, die noch heute existiert. Übrigens das älteste Museum der Welt, weil es von Anfang an Museum hieß. Und eine ganz besondere Rarität in den Sammlungen des Renaissancefürsten bildet eben dieser Teller. Mit seiner ungeheuer dichten Bemalung und seinen fast 60 Figuren wirkt das kuriose Stück auf den ersten Blick ziemlich verwirrend. Aber durch die Anordnung erschließt sich rasch, dass das Bildprogramm aus zwei Ebenen besteht. Aus einem kreisrunden Szenario auf dem Teller Boden und aus acht Einzelszenen, die auf dem Teller Rand umlaufen und die etwa fünf Zentimeter höher liegen als der Boden. Dieser Niveauunterschied ist hier fotografisch ausgeglichen und zur besseren Erkennbarkeit ist auch die Wölbung des Randes etwas entzerrt. Zunächst das Bodenbild. Es zeigt oben eine weite Flusslandschaft mit einem Gebäude in der Mitte und im unteren Drittel einen eingefriedeten kleinen Garten, der nach vorne offen ist. Darin steht, größer als alle anderen Figuren des Tellers, eine dicke Frau mit rotem Gewand. Um sie herum tanzen zur Musik eines Schalmeienspielers Narren unterschiedlichsten Alters und erweisen der seltsamen Matrone ihre Ehrerbietung. Die hat die Arme ausgebreitet, hultvoll und hilflos zugleich. Ihr Doppelkinngesicht krönt ein kostbares Diadem mit Eselsohren. Königliche Würde und närrische Komik. Eine absurde Kombination. Durch den Spruch am Bretterverschlag stellt sie sich selber vor. Ich bin ein Mutter der Narren worden. Am Hals trage ich den Orden. Sie ist also die Narrenmutter. Und von ihrem Hals baumelt tatsächlich der Orden, ein in Gold und Silber geschmiedeter Narrenkopf. Wenn sie die Narrenmutter ist, dann müssen die närrischen Tänzer um sie herum ihre Söhne sein. Vom nackten Säugling bis zum ältesten sind es insgesamt sieben. Keine zufällige Zahl. Dass ein Narr sieben neue hervorbringt, sagt schon eine Redensart des 16. Jahrhunderts. Und in der alemannischen Fasnacht gibt es bis heute den Reim Narro siebe sie, siebe sie sind narro gsi. Sieben Söhne also seien Narren gewesen. Das finden wir hier bereits vor einem halben Jahrtausend abgebildet. Die Söhne vermehren sich auf ihre Art weiter. Einer brütet Eier mit neuen Narren aus. Und durch die Schrift hinter ihm verkündet er, wer unserer Mutter Ehren tut, dem schenkt sie ein Eselohr auf seinen Hut. Tatsächlich wechselt die Anzahl der Eselsohren auf den Kappen der Brüder. Die Narrenmutter selber geht einem zwielichtigen Gewerbe nach. Das verrät ihre Kleidung. Der gelbe Besatz an den Schuhen, das knallrote Gewand und das tiefe Dekolleté weisen sie nach damaliger Kleiderordnung eindeutig als Prostituierte aus. Der Geldbeutel an ihrem Gürtel bestätigt, dass sie käuflich ist. Dementsprechend dunkel ist die Herkunft der Söhne. Auf die Liebesdienste der Narrenmutter bezieht sich auch der kleingeschriebene Text am Bretterzaun. Der Sohn, der mit dem Finger auf seine Mutter zeigt, sagt hier sinngemäß, Tanzen mache gute Laune, aber die Mutter tue es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. Nur im Bett sei sie noch sehr beweglich. Das Bild der Narrenmutter war im 16. Jahrhundert ein bekanntes Motiv. Narreheit wurde gleichgesetzt mit Unvollkommenheit, mit Mangel an Einsicht und mit Ignoranz gegen Gott. Nicht selten galt Narreheit sogar als Synonym für die Erbsünde. Und das wiederum bedeutete, dass die Narrenmutter letztlich für Eva stand, die Urmutter der Menschheit. So könnte das kleine Gärtchen mit dem Reigentanz um die Mutter eine Art Verkehrung des Gartens Eden sein. Im Vordergrund geht es also darum, wie die Narreheit in die Welt kommt. Beim Blick über den Gartenzaun öffnet sich eine weite Landschaft, bevölkert von allerlei Menschen und durchzogen von einem Fluss. Darüber thront eine Burg und am blauen Horizont erheben sich Berge. In diesem Bereich wird gezeigt, wie es in der Welt mit der Narreheit weitergeht. Das beherrschende Gebäude am diesseitigen Flussufer und zugleich der Mittelpunkt des Bildes ist eine Wassermühle. Ihr Schaufelrad dreht sich. Am Giebel des Fachwerkbaus steht Groß 1528. Das ist offenbar das Entstehungsjahr des Tellers. Im Innern der Mühle tut sich Geheimnisvolles. An der Eingangstür kommt gerade der Müller vorbei. Er trägt ein Mehlsieb mit drei Narrenschellen da auf. Und auf einem Karren vor dem Haus liegt in einem Sack ein toter Narr. Vielleicht soll er in der Mühle zermahlen werden. Von rechts schleppen zwei Narren in einem Sack einen weiteren toten Kumpanen zur Mühle. Was in der Mühle genau geschieht, bleibt rätselhaft. Wirklich vernichtet werden die toten Narren dort offenbar nicht. Im Gegenteil, sie scheinen sich wieder zu regenerieren. Aus närrischem Mahlgut wird neuer Narrensamen ein makabres Mysterium. Obskures geht auch am gegenüberliegenden Flussufer in der Schleifmühle vor. Dort schleift der Meister gerade einen Narrenkopf zurecht. Damit rottet er die Narrheit ebenfalls nicht aus, sondern gibt ihr vielmehr den letzten Schliff. Alle übrigen Personen liefern Beispiele für Narretai. Zwei Fischer schleppen mit einem Kahn und vom Ufer aus ein Netz durch den Fluss. Weil sie aber unmittelbar vor einer Brücke sind, werden sie wohl nicht weit kommen. Denn Verstand verloren haben auch die Leute auf der Brücke. Sie tragen Gänse und Greifvögel ans andere Ufer. Tiere also, die selber schwimmen oder einfach über den Fluss fliegen könnten. Jemanden über die Gänsebrücke tragen, war im 16. Jahrhundert eine Redensart zur Beschreibung von Sinnlosigkeit. Bleiben noch die drei Männer am diesseitigen Flussufer. Ein Angler mit Eselsohren am Fischbehälter, hinter ihm halb verdeckt sein Begleiter mit einem Fisch in der Hand und groß am Bildrand ein bärtiger Mann mit Lederschürze, gelben Beinlingen und je einem Narrenorden vor der Brust und zwischen zwei Fingern. Auf ihn kommen wir später zurück, denn er wird sich als Schlüsselfigur erweisen. Zunächst müssen wir den Teller noch insgesamt betrachten. Bis jetzt kennen wir ja erst den Teller Boden. Da war zu sehen, wie die Narrheit in die Welt kommt und wie sie den Alltag bestimmt. Ganz anders die Bilderfolge auf dem Tellerrand. Dort geht es ums Gegenteil, nämlich darum, wie man die Narrheit wieder loswird. Das illustriert eine Reihe von Szenen, die im Uhrzeigersinn angeordnet sind. Wenn der Teller allerdings aufrecht steht, ist es schwierig, sie zu lesen, weil jede in eine andere Richtung weist. Waagrecht auf einem Tisch konnte man das Objekt kurzerhand drehen, um den Rand zu studieren. In der am mittelbildorientierten vertikalen Ansicht muss uns da ein kleiner Trick helfen. Beginnen wir mit der ersten Szene, die oben Kopf steht. Wir lösen sie einfach von dort und bringen sie in eine betrachterfreundliche Position. Hier wird einem Verrückten die Narrheit aus dem Gehirn geschnitten. Der Chirurg hat ihm die Schädeldecke geöffnet und fördert allerlei Merkwürdigkeiten zutage. Auf dem Tisch vor dem Patienten liegen die ersten Operationsergebnisse. Grillen und Ungeziefer. Und im Reim darüber meldet sich der Operierte selbst zu Wort. Vom Schneiden bin ich witzig, also gescheit geworden. Jetzt seh an euch ich meinen Orden. Der Eingriff bewirkt bei ihm demnach nur, dass jetzt er alle anderen als Narren erkennt. Eine wenig hilfreiche Operation. Von Aussortung der Narrheit keine Spur. Die nächste Szene ist im Kampf gegen die menschliche Einfalt ebenso wenig effektiv. Sie spielt in einer Küferwerkstatt. Dort steht ein fetter Narr mit hilflos erhobenen Armen bis auf die Kappe und die Stiefel nackt. Der Küfer und sein Geselle versuchen, ihm mit wuchtigen Hammerschlägen Fassreifen über den Wands zu treiben, um die Narrheit aus ihm herauszuquetschen. Der Traktierte fläht dabei, ach, lieber Meister, treibt weidlich zu, so hann ich vor diesem Narren Ruh. Aber die Hoffnung ist vergeblich. Eine Befreiung von der Dummheit tritt auch hier nicht ein. Nach jetzt schon zwei Fehlschlägen zeigt die dritte Szene ein noch seltsameres Verfahren, Menschen von ihrer Narrheit zu kurieren. Kontrastiv zur Kopfoperation des ersten Bildes wird hier ein rektaler Zugang gewählt, der Weg durch den After. Das närrische Faktotum kniet mit verbundenen Augen und entblößtem Gesäß auf dem Boden, während ihm der Meister mit einem Blasebalg den Darm aufpumpt. Ein Knecht hält ihn an der Eselsohrenkappe fest, offenbar um ihn abzulenken. Und diesen wiederum ermuntert ein anderer Geselle, Knecht Heinz, betür ihn wohl, der Narr bei ihm ersticken soll. Aber auch das ist eine Hoffnung, die sich nicht erfüllt. Die folgende Szene führt in eine Schreinerwerkstatt. Dort hobelt der Meister einem Narren über den Rücken. Die entstehenden Hobelspäne sind Eselsohren mit Schellen. Einen Menschen ohne Manieren bezeichnen wir noch heute als ungehobelt. Dieses Sprachbild ist hier offenbar dahin erweitert, dass Hobeln auch Narrheit entfernen könne. Gesteigert wird die Komik noch durch zwei Gelehrte, die in einer Pendelwaage das Gewicht der abgehobelten Eselsohren prüfen. Dabei feuern sie den Schreiner an. Ach, Meister, gib ihm noch ein Hobelstoß, so wird der Mensch seins Narren los. Eine Ermunterung, die einmal mehr ins Leere geht. Das unterste Randbild hat als Gegenüber ganz oben das Narrenschneiden. Und genau wie die Schädeloperation dort, zeigt auch diese Szene wieder einen Eingriff in den Kopf. Hier ist es der Versuch, einem auf ein Brett geschnallten Narren seine Dummheit mit einem Drillbohrer aus dem Gehirn zu entfernen. Ein Geselle des Meisters hält den Patienten die Beine fest. Jemanden den Narrenbohren, um ihn zur Einsicht zu bringen, war eine Redensart des 16. Jahrhunderts. Von links werden bereits zwei neue Individuen herbeigebracht, die geistig verwirrt und nicht gewitzt sind. Der die beiden hereinholt, erklärt auch gleich die Notwendigkeit ihrer Behandlung. Die Zween sind nie witzig worden, drum muss man ihnen den Narren bohren. Auch dieses Verfahren erweckt wenig Vertrauen. Nach dem Aufbohren des Schädels folgt in der nächsten Szene wieder ein äußerlicher Bekämpfungsversuch der Torheit. Vor einem Brunnentrog wird ein Narr mit Wasser überschüttet. Es ist wohl die Travestie einer Taufe, denn links leitet eine Art Priester das Ritual. Der Taufgedanke liegt insofern nahe, als er auch Täuflinge einer rituellen Reinigung unterzogen werden. Rechts wartet halb entkleidet schon der Nächste auf seine Waschung. Obwohl mit Halsring und Kette gefesselt, scheint er voller Erwartung zu sein. Jedenfalls erklärt er, könnt ihr den Narren mit Wasser vertreiben, so will ich beibleiben. Am Erfolg darf man auch hier zweifeln. Das siebte Bild links liegt auf gleicher Höhe mit der Blasebalgszähne rechts, wo einem Narren Luft in den Darm gepumpt wird. Daher erscheint jetzt wieder eine Ausrotungsmethode, die am After ansetzt. Ein nackter Patient ist kopfunter in Schräglage gebracht worden, und bekommt mit einem Klistiertrichter einen Darmeinlauf. Die Befüllung des Trichters besorgt ein närrischer Arzt in aufwändigen Kleidern, assistiert von einem Knecht, der dem Patienten die Beine gespreizt hält. Der andere Knecht steht mit einem weiteren Gefäß bereit. Alle drei behaupten in einem Reim, Kleistier hat diesen Kraft, dass kein Narr in dir nichts mehr schafft. Einmal mehr, eine absurde Erwartung. Bleibt noch die achte Szene. Mit ihr schließt sich der Kreis. Denn liest man den Tellerrand im Uhrzeigersinn, markiert sie die letzten Minuten vor zwölf. Ihr Inhalt überrascht. Nach sieben vergeblichen Versuchen, Menschen durch allerlei Exorzismen von ihrer Narrheit zu befreien, erscheint nun das genaue Gegenteil. Hier wird die Dummheit nicht ausgerottet, sondern hier entsteht sie wieder neu. Zwei einfältige Bauern pflügen und ecken mit einem Esel und zwei Ochsen ihr Feld. Dahinter schreitet ein närrischer Sämann, dessen Saat sofort aufgeht. Aus dem Boden sprießen rote Eselsohren mit Schellen daran. Und damit beginnt alles wieder von vorn. Dementsprechend resignativ auch das Fazit des Ackermanns. Ich bauet nach Wein und Korn, wuchs mir nichts dann Schellen und Ohren. Sämtliche Hoffnungen, die Narrheit aus der Welt zu schaffen, werden also durch dieses Schlussbild zerstört. Damit rundet sich nun auch die Botschaft des Tellers insgesamt. In einem grandiosen Panoptikum voller Merkwürdigkeiten führt er uns vor Augen, Narrheit ist unsterblich und sie wird es bleiben, solange Menschen auf dieser Erde leben. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Wie präzis durchdacht die Bemalung des Tellers ist, wird vor allem an den Symmetrien der Randbilder deutlich. Senkrecht entsprechen sich das Narrenschneiden oben und das Narrenbohren unten, beides Eingriffe in den Kopf. Waagrecht korrelieren der Darmeinlauf links und das Flasebalgmotiv rechts, jeweils mit einem Eingriff in den After. Zerebrale und rektale Ausrottungsmethoden bilden also eine Art Achsenkreuz. Sinnbezüge selbst in der Zahlensymbolik. Sieben Bekämpfungsversuche der Narrheit auf dem Tellerrand nehmen Bezug auf die sieben Zahl der Narrensöhne auf dem Tellerboden. Und mit der achten, im Uhrzeigersinn letzten Szene des Randzyklus brechen alle vorherigen Versuche der Narrheit Herr zu werden in sich zusammen. Ein echter Teufelskreis also, ein Circulus Viciosus, der niemals endet. Angesichts einer solchen Ausgereiftheit fragt man sich, wer dieses Meisterwerk ersonnen hat, in welchem Umfeld es entstand und woher die Ideen dazu kamen. Lange Zeit war die Kunstgeschichte hier ratlos, bis 1990 in den Kunstsammlungen von Weimar eine entscheidende Entdeckung gelang. Dort fand sich nämlich die Vorlage für einen Großteil des Tellerbodens. Es ist eine Federzeichnung von Jörg Breu, dem Älteren. Ein sogenannter Scheibenriss. Der Entwurf für eine bemalte, runde Glasscheibe. Auf dieser Darstellung beruht ohne jeden Zweifel die obere Partie des Zentralbildes unseres Tellers. Die Abhängigkeit der beiden Bilder voneinander ist offensichtlich. Die Mühle, der Karren davor, der Fluss, die Brücke. Und damit kommen wir zugleich dem Entstehungsort des Tellers einen wesentlichen Schritt näher. Jörg Breu, der Ältere, war nämlich in Augsburg tätig, hatte dort seit 1512 seine Werkstatt und galt spätestens seit den 1520er Jahren als einer der renommiertesten Künstler der Stadt. In sein unmittelbares Umfeld verweist auch der Narrenteller. Die Rundform der Zeichnung legte es zudem nahe, ihren Bildinhalt auf den Tellerboden zu übertragen, weil der ebenfalls rund war. Nur ist der Raum hier etwas anders aufgeteilt. Das untere Drittel weicht ab, aber die Brücke, die Mühle und die Personen am Fluss sind identisch. Außer der künstlerischen Nähe zur Werkstatt Breu liefert der Teller jedoch noch viel handfestere Indizien für seine Herkunft aus Augsburg. Auf dem Bodenbild kommen nämlich einige Namen vor und die räumen die letzten Zweifel aus. Über dem toten Narren vor der Mühle steht Plänklin. Im Mühleneingang unter dem Türsturz Klotz. Sowohl Plank, Plänklin ist nur eine Verkleinerungsform davon, als auch Klotz waren nach dem Augsburger Geschlechterbuch Namen angesehener Augsburger Familien des 16. Jahrhunderts. Gleiches gilt für Bertel Kesselschmied, der rechts unten im Gärtchen genannt wird. Auch die Familie Kesselschmied war zur fraglichen Zeit in Augsburg ansässig. Damit ist der Herkunftsort des Tellers gesichert und das Jahr seiner Entstehung kennen wir ebenfalls, 1528. Jetzt geht es nur noch um die Frage, in welchem inhaltlichen Bezug die Zeichnung von Jörg Breu zum Teller stand. Bei dem Scheibenriss handelt es sich um ein sogenanntes Planetenkinderbild. Die Planeten, so glaubte man in der mittelalterlichen Kosmologie, hätten einen großen Einfluss auf das Wesen der Menschen. Wer etwa im Zeichen des Saturn zur Welt kam, den hielt man für stolz und hochmütig. Die Kinder des Mars für streitbar und kriegerisch, die der Sonne für schön, strahlend und klug und so weiter. Als Medien astrologischer Selbstdeutung waren solche Planetenkinderbilder daher sehr beliebt. Was aber hat dies nun mit dem Teller zu tun? Zunächst einmal hinterließ die Planetenlehre auf ihm eine formale Spur. Von der Siebenerzahl der damals bekannten Planeten, nach denen übrigens auch die Wochentage benannt sind, dürfte nämlich die besondere Betonung der Siebener-Symbolik herrühren. Die Narrenmutter hat sieben Söhne und in sieben Szenen auf dem Rand wird die Narrheit bekämpft, ehe Mitte 8. alles wieder von vorn beginnt. Nun aber zeigt der Scheibenriss ein ganz bestimmtes Planetenkinderbild. Und das erklärt noch viel mehr. Es geht nämlich um Luna, um den Mond also, der hier auf einem Wagen über den Himmel zieht. Breu hatte zunächst versehentlich Venus dazu geschrieben. Dies dann aber gestrichen und ihn Luna korrigiert. Zurecht, denn die Frau im Wagen trägt tatsächlich eine Mondsichel auf dem Kopf. Nach der mittelalterlichen Astrologie und Elementenlehre galt der Mond als Planet der Feuchtigkeit. Folglich sah man von Luna zunächst einmal all die Menschen abhängig, deren Arbeit in engem Bezug zum feuchten Element stand. Die Fischer, die Schiffsleute, die Wassermüller. Sie hat Jörg Breu deshalb in den Vordergrund gestellt. Für Kinder des Mondes hielt man aber auch die Vertreter wenig angesehener Tätigkeiten. Vogelfänger etwa mit ihren Leimruten. Einer davon lauert rechts im Bild als Busch getarnt. Ebenso die Spieler, die Glücksritter und Gaukler. In der Zeichnung links an einem Tisch versammelt. Und nicht zuletzt waren da noch die Sonderlinge und komischen Kreuze, die gegen jegliche Vernunft selbst Gänse über Brücken trugen. Ihre Verrücktheiten schrieb man ebenfalls dem Einfluss des feuchten Planeten zu. Feuchtigkeit heißt übrigens lateinisch Humor, weshalb Komiker bis heute als Humoristen bezeichnet werden. Das führt uns zurück zu den Narren. Wie eng gerade sie mit dem Mond in Verbindung gebracht wurden, zeigt dieser Holzschnitt von 1492. Wegen ihrer Wechselhaftigkeit und geistigen Umnachtung, sagte man, seien die Narren förmliche Ebenbilder des Mondes. Denn dieser leuchte im Gegensatz zur Sonne auch nur schwach und unzuverlässig. Vom lateinischen Luna abgeleitet, charakterisierte man unstet närrische Menschen sogar als lunisch, woraus unser Wort launisch wurde. In dem Blatt von Jörg Breu tummeln sich lauter solche Figuren, wenngleich dort typische Narren mit Eselsohrenkappen fehlen. Dass aber alle vom Mond gelenkten Existenzen närrische Eigenschaften hatten oder faktisch als Narren gehalten, wusste damals jeder. Deshalb war es auch nur folgerichtig, wenn der Maler des Ambrasertellers ausgerechnet auf ein Planetenkinderbild Luna zurückgegriffen hat, um daraus sein Universum der Narreheit zu entwickeln. Die Abhängigkeit des Tellers von der Zeichnung ist also keineswegs zufällig. Sondern inhaltlich wohl begründet. Sämtliche Narren auf dem kuriosen Objekt sind durch ihre astrologische Disposition zugleich Kinder des Mondes. Das gilt ganz speziell auch für die Zentralgestalt, die Narrenmutter. Auf dem Teller sieht man ihr zwar optisch nicht an, wie sehr ihr Leben von Luna gelenkt wird, doch ein zeitgenössisches Vergleichsbild enthüllt mehr. Das ist die wohl berühmteste Narrenmutter des 16. Jahrhunderts. Die legendäre Mervoll von Dijon in Burgund. Sie war die Symbol und Leitfigur einer illustren Gesellschaft, die in der Stadt hohes Ansehen genoss und dort auch die Fastnacht organisierte. Auf einer Fahne, fast gleichzeitig gemalt wie der Ambraserteller, ließ die Gesellschaft ihre Narrenmutter abbilden, und zwar mit markanten Merkmalen. Sie hat neben dem Kopf eine aufgeklappte Halbmaske und ihr Gesicht umschließt unübersehbar der Mond als silberne Sichel. Exakt übrigens, wie dessen Lichtgestalt an Fastnacht tatsächlich aussieht, weil sie ja kalendarisch immer um den Neumond herumliegt. Bei öffentlichen Auftritten der Mervoll wurde dazu hin stets ein Prolog rezitiert, in dem es gleich zu Beginn hieß, sie sei lunatique, also vom Mond beeinflusst und dementsprechend seltsam. Narrheit und Mond gehörten untrennbar zusammen. Die Infanterie Dijonaise, wie die Gesellschaft der Narrenmutter von Dijon sich selber nannte, hatte einen Ruf, der weit über die Stadt und über Burgund hinausreichte. Weil zu ihren Mitgliedern bedeutende Persönlichkeiten bis hin zu hohen Adeligen zählten und weil über ihre Aktivitäten die tollsten Geschichten kursierten, war sie in halb Europa ein Begriff. Ohne jeden Zweifel kannte man sie auch in Augsburg. Den besten Beleg dafür liefert der Narrenteller, der dort 1528 entstanden ist. Dass in seinem Zentrum ebenfalls eine Narrenmutter stand, kam nicht von ungefähr. Dahinter steckte fraglos das große Vorbild Dijon. Aber mehr noch. Eine der Figuren auf dem Teller gewinnt in diesem Zusammenhang plötzlich entscheidende Bedeutung und liefert zugleich den Schlüssel zu einem bislang völlig unbekannten Kapitel der Augsburger Stadtgeschichte. Es ist der Mann am Flussufer mit der Lederschürze und den gelben Beinlingen, auf den wir hier zurückkommen. Durch den Text auf der Brücke stellt er sich selber vor und nennt sogar seinen Namen. Kollmann. Erneut ein wirklich nachweisbares Geschlecht aus Augsburg. Und zu seiner Funktion sagt er, Ich, Kollmann, der Narren Zunftmeister bleib, Hann unter mir Mann und Weib. Diese Aussage kommt einer kleinen Sensation gleich. Offenbar gab es nämlich um 1528 in Augsburg eine närrische Gesellschaft, die sich genau wie die Infanterie Dijonais um eine Narrenmutter scharrte. Süddeutsch nannte man sich Zunft und Kollmann war ihr oberster Repräsentant. Als Zunftmeister trägt er einen Orden und hält noch einen zweiten in der Hand. Einen solchen Narrenkopf in Edelmetall, hochwertiges Produkt der Augsburger Gold- und Silberschmiede, musste jedes Mitglied der Gesellschaft bei offiziellen Anlässen mit sich führen. Kollmann sagt nämlich weiter, Wer den Orden nicht bei ihm trägt, der staat in meiner Buß, wo einer den anderen verschweigt, der ein Viertel Wein gait. Wer also den Orden nicht sichtbar trug, musste eine Strafe in Wein zahlen, wie noch heute beim Stockacher Narrengericht, wo närrische Strafen ebenfalls in Wein entrichtet werden müssen. Als imaginäre Stifterin des Ordens sah man die Narrenmutter, denn sie trägt genau denselben Narrenkopf in Gold und Silber wie der Zunftmeister. Ja, sie sagt sogar eigens, am Hals trage ich den Orden. Eng orientiert am berühmten Original von Dijon war auch die Narrenmuttergesellschaft von Augsburg ein exklusiver Zirkel hochgestellter Bürger mit Geld, Einfluss und europäischem Horizont. Das Beste schien ihr wohl gerade gut genug. Der Teller sollte offenbar das Prunkstück der Gesellschaft sein, für das man keine Kosten scheute und in das man auch das ganze Wissen um die Narrenidee hineinverarbeiten ließ. Bei vornehmen Anlässen diente er zum Auflegen von Gaben und Geschenken. Man kannte eine solche Verwendung vornehmer Schalen auch von Hochzeiten, aber dieses Stück dürfte einzigartig gewesen sein. Allerdings war es wohl nur ganz kurze Zeit im Gebrauch. Nicht einmal ein Jahrzehnt nach seiner Anfertigung wurde Augsburg von politischen Wirren erschüttert. Viele angesehene Bürger verließen die Stadt. Die närrische Gesellschaft zerbrach und der Teller wurde funktionslos. Als Kuriosum ging er in den frühen Kunsthandel und kam zunächst in den Besitz des Grafen Hannibal von Hohenems in Vorarlberg. Von ihm erwarb ihn schließlich Erzherzog Ferdinand II. als Landesfürst von Tirol und ließ ihn nach Ambras bringen. Warum? Die Antwort darauf lüftet das letzte und sympathischste Geheimnis, das sich um den Teller rankt. Im Januar 1557 heiratete der Habsburger Erzherzog Ferdinand, damals noch Stadthalter von Böhmen, als 27-Jähriger seine große Liebe, die blendend aussehende Philippine Welser, Tochter einer reichen Kaufmannsfamilie aus Augsburg. Weil sie aber eine bürgerliche war und damit für einen Angehörigen des Kaiserhauses nicht standesgemäß, wurde die Ehe lange geheim gehalten. Und ebenfalls heimlich schenkte der Erzherzog seiner Frau das herrlich gelegene Schloss Ambras, in das er viel Geld investierte. Hier fand Philippine ihr Zuhause, hier wuchs die Zweisamkeit mit Ferdinand, als dieser 1564 Landesfürst von Tirol geworden war. Nach und nach füllte sich das Schloss mit seinen Sammlungen. Und fast auf den Tag genau zum 20. Hochzeitsjubiläum des Paares, Im Januar 1577 traf auf Ambras der Teller ein. Höchstwahrscheinlich wollte Ferdinand seine Gemahlin somit einer besonderen Rarität aus ihrer alten Heimat Augsburg erfreuen. Vielleicht sollte das Narrenspiel ihr auch etwas Erheiterung bringen, weil sie nach der Geburt mehrerer Kinder kränklich geworden war. Dieser anrührenden Liebesgeschichte verdanken wir, dass man den Teller noch heute in Ambras bewundern kann. Denn die Kunstkammer, die von Anfang an den Namen Museum trug, ist bis in unsere Tage unverändert erhalten geblieben. Der Ambraser Narrenteller, eigentlich der Augsburger Narrenteller, erweist sich als Kostbarkeit in dreifacher Hinsicht. Er dokumentiert ein spannendes Stück Kulturgeschichte, er schreibt ein bislang unbekanntes Kapitel Augsburger Stadtgeschichte und er ist nicht zuletzt das Zeugnis der aussergewöhnlichen Liebesgeschichte eines fürstlichen Traumpaares der Renaissance. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020